Guten Abend, ich freue mich gerade sehr, dass noch so viele Menschen diese später Stunde hierher gefunden haben. Ich mache es mir ganz einfach und wünsche eine gute Reise. Ich freue mich gerade sehr, dass wir uns hierher gefunden haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Ich habe noch einen. Dann geht es in die Nacht und Jarl ist für mich, so heißt das Stück, ein Neuanfang. Und der Tag müsste ja eigentlich schon begonnen haben, wie spät haben wir es. Dann schaffen wir es während des Stücks. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein ganz kleines noch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020